Hallo allerseits, ich hoffe ihr könnt euch noch an das Achtelfinale erinnern, denn es wird immer noch Zeit Awards dafür zu vergeben. Darum ist eure Stimme jetzt gefragt in den Kategorien bester Juror, bester Beat, bestes Video, beste Hook, beste Punchline und beste Runde natürlich. Wie schaut euch die Runden gerne nochmal an, hört euch ein paar Bewertungen durch und gebt dann eure Stimme ab, wie immer nach dem bewährten Schema, welches unten hier in der Beschreibung steht. Der Podcast für das Viertelfinale ist schon in Vorbereitung und wird voraussichtlich nächste Woche hier erscheinen. Bis dahin, eine angenehme Woche noch, euer Ab.